Jetzt kommt Averferch und Mr. Schweinsteiger. Hat schon über dem Hindernis zum nächsten geschaut. 30,82 Sekunden. Na, und das ist schneller. 28,63 Sekunden. Mr. Schweinsteiger, Führungwechsel. Das war eine starke Runde. Einmal mehr von Averferch und ihrem Mr. Schweinsteiger. Die Bestzeit verkürzt sich auf 28,63 Sekunden. Und vier sind es ja jetzt noch, die... Bis zum nächsten Mal. 75,360 Sekunden.